Und da sind wir wieder und ich hab Hunger. Äh, was wollte ich? Ah, ich wollte genau... Ah, wir wollten eigentlich ein Knochending bauen. Ich hab noch kein Knochending gebaut. Hast du noch nicht mal ein Knochending gebaut, also nee. Nee, wo sind unsere Zahnstocher? Da. Liegen noch auf dem Feuer, oder was meinst du? Was ist denn das? Zahnstocher? Kein, dass du das nicht grad gehört? Hm. So ein... Ah, die summen wir da, die beten schon wieder irgendwo. Und aufhören damit. Erst ne Erfolge. Ich bringe ihn ja auch nicht mein Glauben auf. Machen die ja auch nicht, die sitzen ja irgendwo. Ey, du warst schon wieder ein Häschen in der Falle. Ach, das wolltest du rausholen eigentlich, ne? Ja, aber dann kam da die komische Stampe, äh, Tante dazu hingesprungen. So. Schanzi, brauchst du noch Klappe? Fresse? Hallo? Ähm, Schatzi, Knochen? So, die haben unser Dings. Nee, ich kann immer noch keinen. Ach so. Ah, hier sind auch noch Schädels, ja. Oh ja, einen Schädel kann ich nehmen. Glaube ich jedenfalls, wo sind die? Ich sehe, ich weiß grad keine. Die sind keine Schädel, sind die ins Wasser gerollt? Bestimmt. Äh, hab ich Schädel? Ja, ich hab Schädel. Ich hab vier Schädel. Kann man jetzt mehr als einsammeln? Ja, kann man nur einsammeln. Genutzt werden, die Kettensäge zu befüllen. Yeah. Konnte man früher nicht nur einen Schädel mitnehmen? Nee. Köpfe kannst du bloß einen mitnehmen. Mein ich ja. Klar, ich hab's voll erwischt. Vogel! Ich dachte immer, es hieß Survival. Verwirrst mich, Schatzi. Hä? Nein, das war ein Vogel. Nein. Bei Leuch heißt es Survival. Ach so. Der Vogel heißt es aber nur Vogel. Vogel. Was hast denn du? Er ist schon Vogel. Wie, dein Hase? Ah, nee, ich kann's nicht reparieren. Genau, das war's. Das müsst ihr nicht reparieren. Übrigens sollten wir jetzt, wo wir, wo wir, wo wir, äh, wo wir neu geladen haben und alles sollten wir mal wieder in die, okay, ähm, in die alte Base nochmal zurück, weil da ja noch Dynamit gibt. Oh, ja. Das machen wir dann morgen. Ja. So. Die müssen wir noch Erdbeeren, äh, Erdbeeren sag ich schon, die müssen wir noch Bären holen und sowas. Bären hab ich. Nee, die Blaubeeren meine ich ja, die Samen und so weiter. Hab ich. Wo hast du, ach so, ja, klar, du hast ja schon ne Pouch. So. Wo hast du schon ne Pouch, ne Pouch, ne Pouch. Pouchi, Pouchi, Pouch, Pouch. Ja, ein Zurück. Pouch, Pouch. Pouch. Okay. Pouch. Und wieder Vogelhäuten. Äh, Vogelhäuten. Okay. Siehst du, wie drüber ich schon bin? Na, hauptsache nicht über die Zeit. Ne, noch nicht. Das verschieben wir auf später. Mhm. Wir schenken unseren Zuschauern immer gerne ein paar Minuten. Dieser Portrait zwar gut. Auch wenn ich den erst zu spät mitbekommen hab. Aber er war gut. Da ist ne Feder. Ah ja, ich hab alles ausgepackt. Das ist natürlich schlecht. Stirb, Vogel. Alter, was? Cool. Was denn? Ich hab grad den Vogel im Flug erwischt. Boah, nicht schlecht. Boah, boah. Oh, Alter. Schatzi. Wieso? Ich dachte grad, dass das du, aber das warst du nicht. Das war dieser Typ hier. Komm her, du Mobbingopfer. Hast du nen Typ? Ja. Komm her. Komm her. Ja, ja. Halt stille jetzt. Oh, ist denn mein Boot schon wieder abgetrieben? Schmetzellen und Tod töten. Was sind denn da für komische Dinge? So, schön liegen bleiben. Schön liegen bleiben. Das schreit so komisch, dein Ding. Jupp. Ich mach ein Feuerchen. Ich mach ein Feuerchen. Mit nem Typen auf dem... Ähm, der steht bei mir. Die? Äh, er steht mit Flammen. Zum Beispiel. Ähm, ich mein, es ist normal, dass man bei dir steht, aber... So. So, okay. Der tut brennen. Das ist fast voll. Oh. Fehler. Flager ist voll. Also das Stein-Ding hier. Da ist noch ein Puff. Ja, fall schon. Ähm, okay. Der hört nicht. Hm. Komischer Typ. Äh, ein Stein noch. Ein Stein. So. Wollen wir mal hinten im Mund kommen? Ey Typ. Stirb mal. Hallo. Danke. Schatzi. Ja? Da. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Kino. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. So, wir sind fertig. Knochen? Ja, ich kann keine mehr aufnehmen. Achso. Warum hast du das Knochen-Dingsbums da ausgemacht? Was sind Knochen-Dingsbums? Wir hatten doch so ein... Ja, muss ich kaputt machen. Weil? Weil ich das abgebaut... Weil ich da... ...nein... ...nein... Egal. Nein, komm, stopp. Schatzi, du passt hier nicht mehr hin. Nein, mein Boot! Na toll. Bam! Weggetackelt! Leckig! So! Voll gemein zu mir! Ich will's, ich mag dich. Du, hast du noch ein paar Stöcke? Äh, ja. Was denn jetzt? Ich hatte ein paar Stecker. Es waren zwei. Wo hast du dich hier vorne reingehauen? Hab ich doch! Ich hab hier in den Stuhl drin gemacht. Oh, herrlich. Nicht in den Stuhl, in den Knochenteil. Achso. Ich dachte, ich soll das in den Stuhl machen. Der Stuhl war auch schon gemacht. Ja, ich hatte noch Leder. Ach da. Oh nein, das hätten genau noch... Ne, es haben drei... Ne, es haben fünf wie viel. Ja, ja, es fehlen ein paar mehr. Ähm... Ja. Achso. Ich hör dir zu. Sprich. War ich das? Nein. Weiß ich nicht. Brauchen wir überhaupt jetzt noch Holzbaumstämme? Nein, Baumstämme brauchen wir nicht mehr. Ähm, ist kackegal. Es ist gut, wenn wir welche da haben. Mir ist schon wieder kalt. Weil früher oder später brauchen wir. Gehen wir ins Bett? Jo. Eierassistentinnen. Ihr legt irgendwie keine Kinder. Ihr seid scheiße. Ich meine, ihr legt keine Kinder. Legt uns doch mal ein paar Kinder zurecht hier. Ich mein. Wie was du wusste, hast du mich gehört? Der legt auch Eier. So, jetzt macht Hähne. Ja. Okay. So. Spiel speichern. Ja. Okay, Schatzi. Auf zur... Oder wollen wir... Wie? Wollen wir oder noch nicht? Kannst du doch alleine gehen, oder? Na, ich frag bloß. Wenn du sagst, ich soll jetzt losdüsen, dann düse ich jetzt los. Wenn du sagst, du möchtest mitkommen, dann kommst du mit. Ah, ich komm lieber mit, nicht, dass du stirbst. Ja. Wäre vielleicht besser. Ich ärgern's bloß das mit den Stöckern da, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann bleib doch hier, dann mach das. Dann guck ich mal, ob ich das Katana finde und so. Ja, genau. Hol schon mal das Katana. Das ist, glaub ich, ne gute Idee. Aber der weiß doch, wo es ist. Ja, klar weiß ich, wo das ist. Du brauchst es ja nicht finden. Nee. Aber ich wollte es ja holen. Dann muss ich auch mitkommen, weil ich brauch ja auch noch eins. Na, dann komm doch gleich mit. Ja, erstmal die Boote leer kriegen. Boote sind leer. Naja, bis auf das Holzboot. Ja, wir brauchen momentan kein Holz. Erst für die nächste Etage wieder. Ach, sieht doch schon mal recht wohnlich aus. Super. Aber ich will. Das können wir auch noch besser. So. So, die Boote bleiben hier? Nein. Ähm. Ja. So, lassen wir mal schon mal mit. Komm, Schatzi. Jetzt hörst du mich ruhig mal mitnehmen. Schronimo! Ich wollte dich eigentlich auch mitnehmen. Das zieht tierisch nach links. Äh, nach rechts. Äh, können wir erstmal das Knochending voll machen, damit wir die Knochen einsammeln können? Weiß nicht. Nee, wir gehen jetzt erstmal. Wir gehen. Der macht doch schon mal Knochenrüstung vor. Äh, nein, wir gehen jetzt erstmal zurück und essen und trinken was. Ach, nö. Echt jetzt? Warte, kann ich noch zwei Stöcker schnell kaufen? Sammeln. Du brauchst fünf. Ich brauch, brauch ich fünf noch für das Don? Ja. Oder ist das für noch für die, äh, Dings? Nein, du brauchst fünf. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Wo ist drei und vier und fünf? Natürlich, hier gibt es ja keine Stöcker zum Sammeln. Ein Stein. Wer braucht denn verdammt nicht nur noch einen Stein? Ich glaube, ich habe jetzt fünf. Sag mal, fünf. Ja, ich habe fünf Stöcke, Schatz. Ich komme. Tschö, Ranimo. Oh, kluck, 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 kluck. Kluck, 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 kluck. So, ich glaube, da rannte auf der anderen Seite von unserem Lager jemand rum. Hm, schon wieder. Oh, diese angemeldeten Besucher, ey. Du, da steht ein Baum fast abgeholzt. Das ist auch lustig. Giet gut aus. Ein Baum fast abgeholzt? Ja, ja, das hat so einen, der hat so einen Schnitt im Dings drinne. Achso. So. Ein Schnitt in der Optik. Lassen wir mal die Knochen hier. So. Hi. Schatzi. Was war denn das? Was war denn das gerade? Ich war's nicht. Klang aber auf jeden Fall cool. Als ob da jemand pfeift. Freizig. Nein, da hat jemand geschrien. Also, bei mir hat sich das angehört, als ob da jemand... Okay, könnten heulen sein. Wurde ich los? Ja, komm. Wenn ich jetzt wegen dir sterbe und mein, ich verliere in dir, ja? Dann kriegst du eins aufs Maul. Okay. So. Kriegst du auch so oder so, also... Komm mal los. Eben. Jetzt machen wir noch eine Medizin. So. Lassi, renn nicht immer so weit vor. Okay. Hi. Hi. Guck mal. Oh, nö. Einfach drauf vorbeiren. Echt? Ja. Weißt du nicht, die hauen uns irgendwann auf die Fresse? Dazu müssen sie uns erstmal kriegen. Ist man so viel schneller als ein Eingeborener? Nö. Die sind genau gleich schnell. Aber das Doofe ist halt, dass die andauernd irgendwo... Glaube ich oft richtig? Weiß ich nicht. Folg meinem Namen. Bist du denn? Du leißt nicht richtig. Kein Stück richtig. Warte. Hey, komm, so haben wir sie verwirrt. Jo. Hast du die Jutima. Hm, 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 hm. Bleib bei mir. Achso, wir müssen auch mal später nochmal zum anderen Lager zurück. Vielleicht kann man da noch ein bisschen Energy, Koffer und so, ne? Gehen. Hm, 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 hm. So. Was bist du denn? Ach, der rennt schon wieder vor. Das ist nicht so ein komischer Gebetsbaum? Hä? Was ist da? Ganz große sind, glaub ich, Gebetsbäume. Ja, da sind meistens auch so ne, so ne Felder, wo du so was sprengen kannst. Da ist schon mal ne Möbe. Da ist das gut. Oh, survival! Cool. Erwischt. Hat sich auch vor mir auf die Fresse gelegt. Hm. So, also müssen wir jetzt ungefähr so hier lang. Ja, nee, das Haus ist ja markiert. Eins von beiden sicherlich. Hm. Platzi? Ja? Ich bin ganz außer Atem. Nur wegen dir. Ach, ja, du hast ja schon mal woanders noch ne Hütte gebaut, ne? Ah, nee, es ist einmal das im Dorf. Hm, und das, wo wir jetzt unsere Base haben. Genau. Nee, da sind zwei. Baut die Base, baut die Base. Bist du, da sind zwei von diesen Schlafplätzen. Ja, ja, da ist ja das, wo ich das erste Häuschen gebaut hab. So, oh, Hallöchen, na? Ja, da hinten, wie geht's? Hä? Oh, wartet mal, hier ist ein Grotten. So, lassen wir mal noch mit. Vorsicht, Schatzi, nicht hauen lassen. Meinst du, das hatte ich vor? Du, ich bin jetzt aber relativ langsam. Wo bist du denn, du? Hier, rand rein vorbei. Jo. Wollte mich nicht hauen lassen. Okay, der nehmt mich. So. So. Wo sind wir jetzt hier? Hier sind wir... Am Strand. Hier ist ein Mini-Strand. Da hab ich immer früher Vögel gefangen. Ich will bloß gucken, welcher Strand das ist. So. Ah ja, das ist der Strand. Warte mal kurz, ich muss keine Energie auflanden. Du, da unten könnte irgendwas drin sein, ne? Okay, Energie. Oder? Da ist ein Boot. Wo? Da. Siehst du da ein Boot? Na da. Ach, du hast die Weite vielleicht nicht so eingeschafft. Komm mal mit. Komm mal auf, da hoch. Hm. Okay, ein Seil, das ich nicht mehr nehmen kann. Das ist auch sehr schön. Yeah. Oh. Ach da. So. Ich hab's. Alles gut. Hier hab ich mal meine Basin gebaut. Das war auch ganz lustig. Hm. Ich konnte mich nur von da oben kommen. Ah, apropos. Wir können hier mal ein bisschen lang ran. Echt? Kann man da dann kommen? Oh, ein bisschen erkunden. Klar, warum nicht? Und wenn ich jetzt schwimme halt. Aber es gibt Teile, das weißt du schon, ne? Und? Ich hab ne Bombe bei. Kann man in den Luft springen. Ein Seestern. Ein Stern. Wollen wir mal da auf die Insel? Nein. Nein. Nicht trägt. Können wir gerne versuchen. Okay. So. Konzentration. Konzentration. Und die Minuten sind vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüü. Tschüü.